Ja, hallo. Also ich möchte heute euch ein Zeugnis erzählen, was ich so erlebt habe mit Gott. Ich habe vor einigen Tagen jetzt einen Freund besucht, so ein älterer Mann, ungefähr 78. Ja, er ist ein Freund von mir geworden. Ja, ich habe mir irgendwann mal in der Stadt kennengelernt. Ja, und jetzt habe ich ihn besucht. Wir haben geredet über verschiedene Dinge. Und ich erzähle ihm immer wieder natürlich auch über Jesus Christus, wie er ihm helfen kann im Leben. Ja, er trinkt leider zu viel und er hat mir auch erzählt, dass er früher auch in der Kirche war. Ja, ich weiß nicht jetzt wie lange oder wie ernst das bei ihm war. Aber ich glaube, so ernst war das nicht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Deswegen erzähle ich immer wieder über Jesus Christus und von mir so Zeugnisse, wie Jesus mein Leben geändert hat. Wer auch ihm helfen kann in allen Dingen. Ja, und als ich schon nach Hause gehen wollte, wir haben irgendwas noch geredet. Ich habe auch irgendwas gesagt. Ich glaube schon irgendwie sowas, das Jesus für uns getan hat, wegen auch Leid und Schmerzen und irgendwas sowas habe ich ihm noch erzählt. Und er meinte, ja, und warum habe ich dann Schmerzen irgendwie so, naja, einfach so geredet. Ich sage, wo hast du denn Schmerzen? Er hat gesagt, hier in meiner Brust, richtig starke Schmerzen. Irgendwie schon längere Zeit, so wie ich verstanden habe und konnte auch nicht so richtig atmen. Und er meinte, er war auch in einer Röhre, haben die ihm, ja, wie sagt man jetzt, Röntgen gemacht, durchgescannt oder was, keine Ahnung. Ja, und meinte, ja, kein Krebs oder sowas, aber richtige Schmerzen, kann schwer atmen. Ja, ich habe gesagt, komm, lass mich für dich beten. Er hat noch erst mal so gezögert, so ein bisschen, ich habe gesagt, was ist los? Willst du nicht, dass Jesus dich heilt? Er hat gesagt, ja, doch. Dann habe ich meine Hand auf ihn draufgelegt, so wie Jesus ihm das beigebracht hat, gesagt hat, ihr werdet die Hände auf die Kranke legen, die werden wieder gesund. Daran glaube ich. Ja, ich habe die Hand draufgelegt, gebetet, im Namen Jesus gesagt, dass die Schmerzen verschwinden sollen. Ja, und als ich zu Ende gebetet habe, er steht so und guckt so und ich habe, was ist los? Er sagt, als ob so die Luft, so Luft in mich so reingegangen ist. Ich sage, wow, siehst du, was Gott so alles kann und das war so der heilige Geist. Und er ist wohl in ihn so reingegangen, hat seine Luft da reingelassen, irgendwie so, ja. Auf jeden Fall wunderbar, ich habe mich richtig gefreut. Ich sage, und, wie fühlst du dich? Er sagt, schon besser, sind die Schmerzen noch da? Er sagt, ja, ein bisschen noch. Er sagt, ja, komm, lass mal noch mal beten. Noch mal die Hand draufgelegt. Ja, und er steht so und er war so irgendwie so verwirrt, ne? Und er guckt so, wie kann ich dir danken, dass du diese Schmerzen weggemacht hast. Ich habe das nicht gemacht. Das hat Jesus für dich gemacht, weil er dich so sehr liebt. Das war ein tolles Erlebnis, Mann. Oh, Gott sei Dank, danke, Jesus. Und er sagte, die ganzen Schmerzen sind jetzt weg. Er sagte, Halleluja, danke, lieber Gott. Er meinte so auch irgendwie, ja, ich will mich irgendwie hinlegen. Er war auf einmal so wahrscheinlich so müde oder, ja, so ging es irgendwie so richtig gut. Und ja, und deswegen wollte ich auch natürlich auch euch ermutigen, natürlich, liebe Brüder und Schwester, glaubt an Wunder Gottes. Das war jetzt vielleicht noch nicht so, was ihr denkt, vielleicht so etwas Großartiges wie Krebsgehalt oder sonst was. Aber es gibt diese ganzen Heilungen, so wie auch Krebs und verschiedene, alle Dinge, schwere Kranken oder die Blinde sehen auch wieder und die Taube hören wieder und sowas alles. Und deswegen, für mich war das ein tolles Erlebnis, für diesen Mann auch. Er ist auf dem Weg, richtig Jesus anzunehmen. Und ja, und ich möchte euch ermutigen, geht und predigt das Evangelium. Betet zu Gott, dass er euch zu diesen Menschen führt. Betet für die Menschen. Gott, der Heilige Geist wird euch schon führen. Aber ihr müsst was tun. Weil ohne was tun, ist der Glaube tot. So ist das geschrieben, ne? Deswegen, ja, lass uns was tun. Lass uns die Menschen erreichen, über Jesus Christus einfach erzählen. Und zu Jesus die Menschen bringen. Und ja, dass die glücklich sein können. Dass die mit seinem, mit Gottesliebe überfüllt werden. Ja, also ich wünsche euch Gottes Segen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch Freude im Herzen. Dass ihr starken Geist einfach habt. Und ja, bleibt einfach in Gottes Wort immer, jeden Tag, immer mit Gott eine Beziehung haben. Mit ihm reden. Und ja, einfach dieses Feuer zu haben. Und dann werdet ihr sehen, wie die Flügel einfach wachsen. So, okay. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.